Hallo und herzlich willkommen zu meinem Informatik-Projekt. Da ich ein Problem mit Schimmelbildung in meinem WG-Zimmer habe, ist mir in den Sinn gekommen, ein Projekt zu realisieren, welches die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit über einen DHT-11-Sensor abfragt und diesen Wert über einen ESP8266 einliest und über das Wi-Fi-Netzwerk an einen MQTT-Broker überträgt. Diese Daten kann ich dann von unterwegs aus mit meinem Smartphone oder Laptop einsehen und mir außerdem den Verlauf der Werte grafisch anzeigen lassen und habe somit die Luftfeuchtigkeit in meinem Zimmer besser im Blick. Um die Funktion zu demonstrieren, habe ich den Sensor mit einem Feuerzeug erhitzt und den Verlauf der Temperatur am PC mitverfolgt. Da der Sensor eine Refresh-Rate von ca. 2 Sekunden hat, reagiert das System etwas träge. Für eine Raumtemperaturmessung ist das allerdings völlig ausreichend. Die Schaltung habe ich so aufgebaut, dass sowohl der ESP8266, als auch der DHT-11-Sensor mit 3,3 Volt versorgt werden. Das Signal des DHT-11 ist mit dem GPIO-2-Pin des ESP8266 verbunden und über einen 10 Kilo Ohm Pull-Up-Widerstand mit der Versorgungsspannung verbunden. Bei meiner Programmierung habe ich zuerst die Bibliotheken für den DHT-11, die Wi-Fi-Verbindung sowie den MQTT-Broker eingebunden. Danach habe ich benötigte Definitionen ausgeführt und den DHT-Sensor initialisiert. In der Setup-Funktion startet der ESP8266 die Funktion zur Herstellung einer Wi-Fi-Verbindung und setzt meine benötigte Variable zurück. In der Loop-Funktion wird alle 5 Sekunden der Verbindungsstatus überprüft und bei aktiver Verbindung die Funktion zum Auslesen und Senden der Werte gestartet. Ist keine Verbindung vorhanden, so wird die Funktion zur Wiederherstellung einer Verbindung ausgeführt. In der Funktion Gettenson Temperaturintumidity-Data wird zuerst der DHT-11-Sensor ausgelesen, anschließend werden die Werte auf Plausibilität geprüft und falls dies der Fall ist werden sie an den MQTT-Broker übermittelt und am seriellen Monitor ausgegeben. Falls einer verwendet wird, die Funktion InitWiFi ist zur Herstellung einer Wi-Fi-Verbindung verwendet worden, die Funktion Reconnect versucht, die Wi-Fi-Verbindung wiederherzustellen, falls die Verbindung unterbrochen wurde. Als MQTT-Broker habe ich Tingsport.io verwendet, das entsprechende Dashboard habe ich mir so gestaltet, dass ich auf der linken Seite stets die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit sehe und auf der rechten Seite je einen Graph über den Verlauf der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den letzten 12 Stunden. Vielen Dank für Ihr Interesse.